Captain Nemo's Zeichen Vorsichtig Da klemmt was Vielleicht ein Problem mit der Stromzufuhr? Vorsichtig Dieser Teil kann repariert werden, aber den Kristall muss man ersetzen Das war nicht mehr. Das war ja immer wieder ungefähr ein Film. Das ist das Konto. Jungen Underspegern Der Konto Konto Emergült Konto Sink Dieser Schaltkreis dient bestimmt der Stromversorgung. Die Schaltkreis dient bestimmt der Stromversorgung. Die Schaltkreis dient bestimmt der Stromversorgung. Die Schaltreiten невозможноursed. Die Schaltreiten durch die KPD-Fermsinderschaft ges characterization. Die Schaltreiten nurverkomb werd 마련 geöffnet nach der KPD-Fermsinderschaft. Das war die Das ist ein Absperrventil. Ein variables Strömungsventil. Hier oben ist es ganz schön heiß. Er ist in den Felsen eingeschlossen. Ich benötige ein Werkzeug, um ihn herauszuholen. Das ist ein Absperrventil. Das ist ein Absperrventil. Das ist ein Absperrventil. Ich bin nicht durch. Und ich bin bei weitem nicht dick. Ich bin nicht durch. Das ist ein Absperrventil. 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 Mein Lämmchen. Das ist ein Absperrventil. 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 Absperrventil. Das ist ein Absperrventil. Das ist ein Absperrventil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Buch von Pasteur, Gärungen und die sogenannte Generatio Spontanea. Da steckt ein Papier in dem Buch. Eine handgeschriebene Notiz von Nemo. Ich nehme an, dass dieses Gerät für die Kommunikation mit dem U-Boot genutzt wurde, bevor es sank. Dieses Quietschen, das muss das Wrack sein, das den Druck ausgesetzt ist. Diese Pflanze ist krank. Diese Pflanze ist krank. Die Pflanze ist krank. Die Schildsteuerung. Das hat bestimmt dieser tölpelhafte Roboter verloren, als er den Schild herunterfahren wollte. Die Schildsteuerung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020